Was ist das für die Schule? In der DS ist es meistens ein ziemlich freundschaftliches Verhältnis immer zwischen Lehrer und Schülern. Ich denke, wenn ich irgendwelche Probleme habe oder Verbesserungsvorschläge, dass ich da auf jeden Fall auf die Lehrer drauf zukommen kann und ich denke auch, dass sie mich da unterstützen und mir weiterhelfen. Die Atmosphäre so allgemein in der Schule ist generell viel besser als die von der Schule, wo ich herkomme. Vor allem, weil die auch sehr neu ist, sehr modern. Wir haben eine sehr gute Ausstattung, auch technisch. Ich denke, dass die Schule mich positiv verändert hat, dass hier so viele verschiedene Fächer angeboten werden und ich hier zum Beispiel auch den dreistündigen Sportkurs besuchen kann, dass ich dadurch eben sehr geprägt werde. Beim Inlineskating ist es eigentlich so, dass ich das früher mal gemacht habe. Und da sehe ich im Sportunterricht eben eine gute Möglichkeit, das wieder aufzubauen. Und mir hat das auch sehr viel Freude gemacht. Beim Inlineskating fasziniert es mich eigentlich, dass man so selbst den Weg bestimmen kann. Ich mag das total gerne, wenn man dann durch den Wind gleitet und da eben so die Natur genießen kann. Musik Die Musical AG ist ursprünglich eigentlich eine Tanztheater AG. Hat sich aber irgendwie zu einem Musical entwickelt, weil wir halt wirklich viele Leute bei uns hatten, die singen wollten und irgendwie hatten alle Bock auf Musical. Und dann haben wir halt anstatt nur Tanztheater Musical. Musik Singen ist für mich wie Schauspiel, nur halt mit Tönen. Weil man erzählt ja eine Geschichte quasi mit jedem Lied, was man singt. Und das versucht man halt rüberzubringen. Musik 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 Vielen Dank.